Oh, und Krokodile bleiben. Danke! Wo muss man denn überhaupt wieder raus hier? Hallo? Nochmal zurück. Ja, ihr könnt den Frühstall. So, das Thema Weg werde geklärt. Oha, drei Stück davon. Das hast du mal gut gemacht. Oh, geil, geil, ich schaffte. Aha. Wo kommen wir denn jetzt an das Ding an dran? Ach so. Ähm, shit. Da muss man von oben dran springen. Ich muss noch mal zurück. Aber ich, äh... Ja, du bist ein bisschen besser im Bum-Jumpen. Wisse, ich spring voll daneben. Ich wollte eigentlich hier rüber. Mist. Opa. Der hat eine Bombe. Äh, der schmeißt unten. Nichts, ich kann wieder weg. Boah, was war das? Sobecks Kinder sind hier im Vorteil. Wir müssen zurück an Land. Oh ne. Oh, herrlich. Komm mal raus. Oh, was das? Haha. Oh, was das? Oh, was das? Oh! Oh! Das war's. Da drüben ist der Spiegel, da musst du hin. Echt? Ah ja. Ich hoffe mal, dass es klappt, weil ich glaube, dass du da besser hingehen kannst. Ach, da komme ich gar nicht hin. Ach, da ist ein Haken, sehe ich gerade. Ah ja, da muss ich halt auch rüber. Dann komm mal rüber. So, dann stelle ich hier drauf, dann muss ich wieder rüber. So, dann stelle ich wieder rüber, muss ich wieder draufstellen, damit ich wieder rüber sprengen kann. Dass ich das hinkriege? Jawohl. Oh, was ist das? Ja, oder ich bleibe hier unten sitzen, dann bin ich auch gleich da drüben. Ich kann mal nicht die Fummelkacke machen. Ach, kacke. Ach, egal, weiter. So. So. Jetzt kommen da ja auch noch Krokodile. Die Net. Oh, den hast du doch auch jedem, ey. Oh. Okay. Das hier. Das aufgestellt. Und die Rutsche. Schön. Oben nehmen. Städel mitnehmen. Schön. Ich kann es auch wieder runterfallen lassen. Na. Na geht doch. Na schrecklich. Ja. Vorsicht. Ich hab noch welche. Boah, der Strahl ist ja immer echt cool. Ach, guck mal hier. Kann man ja. Okay. Hast du gesehen? Nein. Alles eine Frage des richtigen Timings. Wir müssen weiter. Egal wie riskant es auch sein mag. Eh, Quatsch. Guck mal. Oh. Ich schieb mich mal ein bisschen. Ähm. Muss ich erst da hoch? Oder? Nee. Hm. Nee, nee. Doch nicht, hm. Alles eine Frage des Timings. Ja, spiel ich mal drauf. Vielleicht liegt sie ja darüber, wenn ich das mach. Warte. Stopp. Gut, gut, gut. Nee. Der Gerhard. Meins er? Hier. Hier mit meinen Dingen ziehen. Und jetzt oben. Scheiße. Ah, fuck. Ja, dann hol ich mal wieder. Den muss bestimmt. Ruf den Goldner darauf bestimmt. Ja. Da wissen wir jetzt wie es geht, ne? So, scheiße ey. Die kriegst du gar nicht mehr, oder? Äh, cool. Da musst du auch dieses Umschalt drücken. Damit du drauf rollen kannst, glaub ich. Ne, mach mal. Ne, greift die nicht. Wenn du nicht. Wenn du drauf bist, greift die nicht. Mhm. Das ist irgendwie irgendwo. Da ist er. Ne. Da ist er. Komm, geht er hoch. Nimm lieber die Treppe. Das ist einfacher. Die Kugel muss irgendwie hoch wieder. Warum kann ich die nicht oben schnappen? Hm. Versuchen. Ah. Ja. Ja. Und was mir so scheiß kompliziert, ey. Ja. Ja. Genau. Ja. die muss wahrscheinlich wieder runter da macht noch mal ach das musst du machen du musst derzeit alle können ja auch gern 2, 3, 1, 2, 3 Ach, scheiße, wie soll denn das gehen? Ach, dann muss ich die ganz schnell wieder hoch machen. Dann bleibt die ja nicht liegen. Musst du die fangen? Ja, ich muss die fangen. Hoppala Das ist nicht dein Ernst, ey. Ich habe nichts gemacht. Oh, kacke, ey. Nein! So, ich weiß nicht. Aber wenn ihr das alleine macht. So, ich weiß nicht. Bleib da drauf liegen. Das gibt es doch nicht. Nein, die geht da runter. Ja. Da geht die auch nicht drauf. Ne. Jetzt ist er oben. Hölze. Nein, 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 nein. Jetzt greif ich. Ja, super. Guck mal, wie du da gehst. Lol. Irgendwie geht das aber schneller, oder? Hol den Bug. Mein Bug, dein Bug. So. Oh, Mann, ey. Granate. Aber warte mal eben. Eben sammeln. So. So. Also musst du praktisch immer runter und immer hoch, oder was? Ja. Ich denke. Oh, Mann. Ahnung. Eins, zwei, drei. Dein. Ey, durf jetzt ruhig nicht Spaß. Ey. Aujee, ne, ne, ne. Du stirbst gleich. Ich kann mich ein bisschen fernabacken. Nein, 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 nein! Boah! Das war aber auch Sachen. Ey, wieso soll das gehen, ey? Soll denn das gehen, ey? Jetzt pass ich aber besser auf. Kannst mir kaum vorstellen, ey. Aber die Kugel muss bestimmt da in der Mitte, wa? Ja. Oh Mann. Eins, zwei, drei. Boah, das gibt's gar nicht. Moment, Moment, vielleicht machen wir hier irgendwas falsch. Leute, da stimmst du jetzt noch mal... So blickt hier eine Schuze. Jetzt braucht nur einer. Jetzt braucht nur einer auf die Mitte. Geh mal weiter, kommst du da auf die... ...Fläche drauf? Ne, auch nicht. Ne, blub nicht. Ne, viel zu hoch. mal gucken wir schon mal glück bei unserem glück weil da sind ja diamanten da muss man ja irgendwie drauf kommen ja ja ich hab's gleich die kommt nicht so hoch war cool ich mach das so ok m nimm die kugel nimm die kugel da konnte ich nicht mach nochmal die war nämlich oben das stand auf einmal umschalten scheiße Aber die brauchen wir nicht, die Kugel. Meinst du? Nee. Die muss ja da ruf. Wir müssen ja bitte da rüberkommen, irgendwie. Komm doch von hier drauf. Guck mal, wenn ich runtergehe, passiert das. Guck mal, wenn ich runtergehe, passiert das.